iPad haben mich dabei so ein bisschen beschäftigt die ganzen Jahre und die Fotografie. Wie gesagt, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht und coache und berate Leute, was WordPress betrifft. Was ich heute mache, ist für mich auch ein bisschen neu, weil ich habe aufgrund einer Idee, die mir am Mittwoch in den Kopf gesetzt wurde, meinen kompletten Vortrag nochmal umgearbeitet. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Wie gesagt, ich versuche alle Informationen rüberzubringen, die mir wichtig sind. Und wenn euch was fehlt, einfach dazwischen funken, Fragen stellen, ich versuche die zu beantworten. E-Mail-Marketing. Das ist ein Thema, was mich schon von Anfang an, oder seit längerem, sage ich mal, also Anfang an seiner Selbstständigkeit und seit längerem insgesamt schon beschäftigt. Und bewegt, weil immer wieder die Leute natürlich die Fragen stellen, wie mache ich das mit dem Newsletter? Wie erreiche ich meine Kunden? Oder die primitivste Frage ist ja immer noch, wie kann ich meinem Kunden die Möglichkeit geben, meinem Blog zu folgen? Dann kommt immer das Thema mit dem Jetpack-Plugin und dem WordPress.com. Wo ich dann immer sage, ja, das ist schön und nett, aber das ist kein E-Mail-Marketing. Damit kann man keine Kunden ködern. So, worum geht es beim E-Mail-Marketing? Aber was will ich denn überhaupt erreichen? Und das ist natürlich das entscheidende Voraussetzung. Marketing bedeutet, wie kriege ich meinen Kunden erreicht? Das ist eigentlich das Thema, worum es geht. Ah, jetzt hat er schon weitergemacht. Wie soll das denn? Das heißt, wie erreiche ich meinen Kunden? Und ich will natürlich in dem modernen Falle mit dem Bloggen und mit dem Internetpräsenz und dem SEO und was ich alles so treibe mit meiner Webseite, mit der ich ja im Prinzip meine Sachen verkaufen will, geht es ja um Inbound-Marketing, wie man so schön modernen Neudeutsch sagt. Inbound, was heißt das? Im Verhältnis zum Outbound-Marketing mache ich eben keine Kaltakquise mehr per Telefon, rufe nicht mehr mal irgendwelche potenziellen Kunden an und sage, Mensch, wie wäre es denn? Ihre Seite sieht ja ganz schlimm aus, kann ich die immer neu machen? Sondern ich möchte ja, dass der Kunde zu mir kommt, also Inbound zu mir freiwillig kommt. Und wie kann ich ihn dazu bringen? Das ist eben die Frage und meines Erachtens der wichtigste und entscheidende Weg ist eigentlich, dass ich den Kunden in meine E-Mail-Liste bekomme. Irgendwie drücke ich da zu oft drauf, habe ich das Gefühl, Gott, das ist klar. Das ist natürlich immer die Frage, ja, ich bin ja auf Facebook, ist das nicht viel einfacher, kann ich das nicht viel besser benutzen oder auf Twitter oder auf Google Plus oder auf Elo oder was wie auch immer sie alle heißen. Aber es ist natürlich so, E-Mail gibt es in Deutschland seit 30 Jahren und jeder, der irgendwie im Internet unterwegs ist, hat eine E-Mail-Adresse. Und was natürlich nochmal das Entscheidende, oder beziehungsweise sage ich mal jetzt, was noch wichtig ist, 2,4 Milliarden Menschen haben eine E-Mail-Adresse weltweit. Da können natürlich die Social Media Accounts nicht mithalten. Also im Prinzip sage ich mal, jeder, der sich im Internet bewegt, hat eine E-Mail-Adresse. Und jeder liest normalerweise auch seine E-Mails, wenn er so eine E-Mail-Adresse hat. Also was mir passiert, ist sozusagen, dass ich mal zwei Tage nicht bei Facebook reingucke. Aber was mir nicht passiert, also mir persönlich, das kann natürlich jeder anders entscheiden oder sagen, ist einfach, dass ich jeden Tag meine E-Mails lese. Ganz selbstverständlich. Und ich bin bei jedem, der, also für mich natürlich wieder, ich bin jetzt seit 30 Jahren im IT-Branche unterwegs, habe, weiß ich nicht, seit 20 Jahren eine E-Mail-Adresse. Ich erwarte auch einfach, dass die Leute dann auch ihre E-Mails lesen und sie beantworten. Aber das ist natürlich wieder eine persönlich gefärbte Einstellung. Also gehe ich mal davon aus, dass man im Bereich E-Mail, also im Bereich Marketing, den Social Media Kanal sicherlich benutzen kann, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wirklich den Kunden zu bekommen, den Kunden dazu zu bewegen, bei mir was zu kaufen, werde ich im Social Media kaum hinkriegen. Weil einfach, ja, Facebook will seine Werbeanzeigen verkaufen, also zeigt er die Sachen aus meinem Stream oder von meiner Fanpage nur ein paar Leuten und nicht den Leuten, die da meine Seite geliked haben und schon gar keinen anderen Leuten. Wenn die es dann wieder teilen, ja, aber dann ist es ja irgendwann im Stream verschwunden. Wenn ich da zwei Tage nicht reingeguckt habe, habe ich es nicht gesehen, ist es weg. Fehlt mir die Information. Jetzt hoffe ich, dass ich da noch einmal drauf getippt habe. Was will ich mit so einem E-Mail-Marketing erreichen? Ich will dem Kunden eine Story erzählen. Ich will ihn dazu bringen, dass er bei mir was kauft. Das nennt man schön modern englisch natürlich Customer Journey. Ich will ihm ein Einkaufserlebnis verpassen. Ich möchte, dass er bei mir kauft. Wie mache ich das? Normalerweise sage ich am Anfang, ich habe ein Freebie oder eine Information für ihn, die meinen Expertenstatus unterstreicht und die biete ich ihm an und sage dafür, dass er das bekommt, ein E-Book, ein Video, eine Audiodatei, was auch immer, dass er sich bei mir in meine E-Mail-Marketingliste einträgt. Und dann kann ich mit so einem Autoresponder-System dem Kunden Informationen zuschicken. Also ich kann ihm sagen, das ist schön, dass Sie die in meine Liste eingetragen haben. Hier ist ihr Freebie. Dann schicke ich ihm zwei Tage später noch eine Mail. Mensch, danke. Wie war das denn? Haben Sie das gelesen? Brauchen Sie noch weitere Informationen? Stück für Stückchen kann ich also die Kommunikation mit dem Kunden aufbauen. Und sie ist natürlich per E-Mail viel intimer, viel direkter als in Social Media. Und ich kann auch dem Kunden auffordern zu antworten. Ich kann sagen, du, ich habe mal eine Frage, wie sieht das aus? Hast du mein E-Book gelesen? Hast du das verstanden? Brauchst du eine Information? Schreib mir doch bitte zurück. Also ich kann das auch zweiseitig gestalten und ich kann damit mit dem Kunden eine richtige Kommunikation aufbauen. Und hier eben ganz wichtig, wie gesagt, der Kunde ist ja zu mir gekommen. Aufgrund meines Freebies hat er sich bei mir eingetragen. Ich kann also mit ihm in der Kommunikation anfangen. Ich habe ihn ja nicht kalt akquisiert, sondern ich habe ihn sozusagen dadurch gewonnen, dass er meinen Expertenstatus im Internet wahrgenommen hat. Und damit habe ich ja schon mal einen gewissen Vertrauensvorschuss gewonnen. Wenn ich den jetzt ausbaue, ganz langsam, und den Kunden dann langsam an meine Produkte heranführe, kann ich dann, sage ich mal, im nächsten Schritt sagen, ich kaufe ihm ein kleinpreisiges Produkt, sage ich mal, irgendwie noch eine zusätzliche Idee oder eine Kleinigkeit, die er vielleicht gebrauchen kann für 5, 6 Euro. Dann habe ich wieder so ein Stückchen auf dem Weg dieses Customer Journeys getan und habe diesen Vertrauensvorschuss sozusagen jetzt ausgebaut und kann ihm dann später, wenn ich ihm nochmal mit Blogbeiträgen Informationen geliefert habe, die for free waren, sage ich mal, kann ich irgendwann sagen, ich verkaufe ihm jetzt mal was Größeres, was Teureres. Und dann habe ich ihn aber schon, wie gesagt, in diesem Weg gehabt und er wird eher bei mir kaufen als bei jemand anders. So, heute natürlich ein Riesenthema. Der Kunde wird seine E-Mails mit Sicherheit nicht nur auf seinem Computer lesen, sondern auch mobil, auf dem Tablet, überall. Das heißt, meine Newsletter, die ich rausschicke, muss natürlich responsiv gestaltbar sein und muss den Kunden auch erreichen. Er muss sie lesen können auf allen Geräten, die zur Verfügung stehen. Das sind natürlich wichtige Voraussetzungen. Was nochmal ganz wichtig auch bei der Idee des Newsletter-Managements ist, ich darf natürlich nie als Spam beim Kunden ankommen oder vielleicht eben gar nicht ankommen, weil mich irgendein Spam-Filter raushackt. Ich habe also jetzt gerade vor zwei, drei Wochen ging eine Diskussion bei der Facebook-Gruppe rum, dass, ich glaube, Get-Response von einigen größeren E-Mail-Providern bereits geblockt wird. Das heißt, dass die E-Mails gar nicht mehr angenommen werden, also weil die Newsletter nicht ankommt. Das ist natürlich der schlechteste Fall, wenn die Newsletter gar nicht mehr beim Kunden ankommt. Also da muss ich gucken, da gibt es das Thema Whitelist, das heißt, der E-Mail-Newsletter-Anbieter sollte natürlich mal möglichst in irgendeiner Whitelist stehen, damit die E-Mail dann bei mir auch ankommt. Was ist noch wichtig beim E-Mail-Marketing? Ich will natürlich sehen, wer hat denn überhaupt meine E-Mail aufgemacht, wer hat sie gelesen, wer hat auf den Link geklickt und ist auf meiner Webseite gelandet. Auch das ist natürlich ein wichtiges Instrument des Marketings. Hier kann ich wieder eingrätchen und sagen, was ist denn eigentlich Marketing? Was ist denn Werbung? Wie macht man richtig Werbung? Und da ist die Frage, man weiß ja gar nicht, was den Kunden wirklich anspricht. Also seinen eigenen Zielkunden, den man sich irgendwann mal definiert hat. Was spricht denn an? Was würde er am ehesten klicken? Was würde er am ehesten lesen? Das heißt, hier an der Stelle wäre nochmal wichtig zu gucken, ist denn meine Newsletter überhaupt erfolgreich? Dann wird sie gelesen, wird sie geöffnet, wird draufgeklickt, wird damit interagiert. Und hier kann ich auch nochmal ganz wichtige Erkenntnisse für mein Marketing gewinnen, indem ich nämlich gucke, dass ich sozusagen gegebenenfalls auch mit dem sogenannten Thema A-B-Test da reingehe. Das heißt, ich schicke eine Hälfte meiner Kunden eine Newsletter mit dem Format A und in die anderen Hälfte schicke ich ein Format B und gucke mir dann einfach mal an, wie reagieren die Leute. Wird die eine oder die andere Newsletter häufiger geöffnet, wird da mehr mit interagiert als mit der anderen und so kann ich auch mein Marketing anpassen. Ich bekomme ein direktes Gefühl dafür, was wollen denn meine Tribe, wie man so schön sagt, was wollen die denn überhaupt lesen? Was interessiert die? Wo sind sie am ehesten geneigt, dann auf irgendwas zu klicken und die Newsletter auch vielleicht sogar weiter zu empfehlen oder was auch immer. Ganz wichtiges Thema heutzutage natürlich beim E-Mail-Marketing, auch besonders hier natürlich in Deutschland, ist das Thema Datenschutz. Also sprich, der Schutz der personenbezogenen Daten, wie man in Deutschland immer so schön sagt und ich muss ganz wichtig sagen, die E-Mail ist eben eine personenbezogene Date. Das heißt, auch wenn ich nicht mehr Daten erfasse als genau eben nur die E-Mail, um den Zugang einfach zu halten, ist das schon eine personenbezogene Information, die ich natürlich entsprechend vertraulich behandeln muss. Das führt dazu, dass ich zumindest erstmal hier in Deutschland auch dieses Double Opt-in-Verfahren nutzen muss, wobei nochmal wichtig ist, dass in dieser Mail, die da verschickt wird, natürlich keine Werbung drinstehen darf, in dieser Bestätigungs-Mail. Also Sie haben sich bei mir eingetragen, bestätigen Sie bitte per Klick, dass ich sozusagen Ihren E-Mail zuschicken darf. In dieser ersten Mail darf keine Werbung enthalten sein. Ganz wichtig. Und wenn der Kunde dann sozusagen das zweite Mal in dem Sinne, deswegen das Double, das zweite Mal bestätigt hat, dass er die Newsletter lesen will, dann kann ich ihn natürlich entsprechend mit Informationen versorgen, aber eben nicht vorher. Ich muss natürlich in meiner Datenschutzerklärung auf meiner Webseite reinschreiben, dass ich diese personenbezogenen Daten ja erfasse, speichere und entsprechend natürlich damit sorgfältig umgehe. Und da kommen wir dann eigentlich schon zum letzten Punkt, was ich hier aufgeschrieben habe, der Server-Standort. Ist natürlich im Augenblick, wie gesagt, etwas schwierig, wenn ich sage, die Daten liegen auf einem amerikanischen Server. Müsste ich das dem Kunden sogar eigentlich mitteilen, bevor er sich bei mir in die E-Mail-Liste in das Formular einträgt, müsste sagen, Ihre Daten werden in Amerika abgespeichert, sind Sie damit einverstanden. Das wird natürlich sicherlich keiner in dem Sinne machen. Also muss ich mir da sicherlich nochmal Gedanken darüber machen, ob ich wirklich die Daten nach Amerika übermitteln will, soweit so lange dieses Safe-Haber-Abkommen eigentlich im Augenblick ausgesetzt ist. Auch nochmal ein wichtiges Thema beim E-Mail-Marketing. So, was den meisten Anwender natürlich total wichtig ist, ist sozusagen, dass sie eben diese Newsletter-Erstellung möglichst einfach haben. Also ich kenne noch relativ viele Newsletter-Schreiber, muss man ja sagen, in dem Sinne, also Vlogger, die Newsletter schicken, die das in reiner Textform machen. Ich persönlich bevorzuge eigentlich inzwischen die HTML-Mail, einfach, weil sie für mein Gefühl leichter zu lesen ist, weil ich eine Strukturierung reinbringen kann, ich kann mit Überschriften arbeiten und so weiter, was bei einer normalen Text-Mail eben nicht so einfach ist. Also ich, für mein Gefühl, lese im Augenblick schon wieder lieber HTML-Mail, obwohl das bei mir früher auch mal anders war. Also hier wollen natürlich diejenigen, die das dann benutzen hinterher, also meine Kunden, die wollen natürlich, dass es möglichst einfach funktioniert, dass sie das irgendwie zusammenklicken, mit Text füllen und Bildern füllen können und da nicht lange irgendwelche schwierigen Prozesse durchlaufen müssen oder das selber gestalten müssen. Dann natürlich das Ganze, wie binde ich das jetzt auf meiner Webseite ein. Das ist natürlich von Dienst zu Dienst auch sehr unterschiedlich gestaltet. Gibt da auch einiges an Plugins. Also das ist jetzt einfach mal von der Seite von meiner Frau, weil ich da mit denen die Bildrechte habe, abfotokopiert. Und ich kann dann eben mit solchen Opt-in-Formular, das ist jetzt, ja gut, auf welchen Dienstleister, das geht das jetzt mal völlig egal. Ich kann hier meine Seite einbinden als Formular, meistens habe ich dann irgendeinen API-Schlüssel oder irgendeine Verbindung zu meinem Original-Newsletter-Anbieter und kann das hier einbinden und kann dem Kunden eben das zur Verfügung stellen und sagen, hier kannst du dich eintragen und anmelden. Und die vorher besprochene Dinge wie Opt-in und so weiter werden dann von dem Newsletter-Anbieter eben durchgeführt. Man kann dann sicherlich verschiedenste Seiten noch definieren. Ich kann eben natürlich entweder auf den Newsletter-Anbieter die Seite einfach verweisen und kann sagen, du kriegst da eine Seite angezeigt, vielen Dank, dass Sie sich eingetragen haben. Oder man gestaltet eine eigene Seite, da ist man meistens auch bei den Anbietern in der Lage, das unterschiedlich zu definieren. Hier für das Einbinden stößt man da auf unterschiedliche Schwierigkeitsgerade, habe ich festgestellt. Einige Anbieter machen es einem da relativ einfach, so ein Webformular einzubinden. Einige andere haben das so rudimentär gelöst. Man muss einfach sehen, dass man dann eben mit HTML und mittels CSS ein bisschen rumspielt, um das so eben dann schick in die Seite zu kriegen, dass das nicht so völlig fremd aussieht an der Stelle. Ich habe festgestellt, dass eben besonders die großen, weitverbreiteten Dienste eben natürlich meistens die besseren Formulare zur Verfügung stellen, die man einbetten kann. Oder beziehungsweise in dem Fall für WordPress auch schon sehr schöne Plugins zur Verfügung stehen, die dann auch mit Pop-Ups arbeiten. Also man kann ja zum Beispiel den Kunden sozusagen dieses Pop-Up zum Eintragen in die Newsletter erst anzeigen, wenn er mit der Maus nach oben fährt. Also wenn er voraussichtlich die Seite verlassen will, mit der Maus nach oben fährt, dann poppt das Pop-Up auf und sagt ihm, wenn du noch mehr Informationen brauchst, trag dich doch bitte hier ein. Da gibt es für die verschiedenen Anbieter auch entsprechende Plugins, um das zu gestalten. Wird ja heute auch recht viel gemacht. Dann noch zwei Plugins, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe, Ninja Forms und Gravity Forms, die dann auch für unterschiedliche Newsletter-Anbieter entsprechende Add-ons haben, um dort die Opt-Ins sozusagen zu gestalten, also die Formulare. Stellenweise kostet, pflichtig stellenweise umsonst, das ist auch bei den Anbietern etwas unterschiedlich. So, dann habe ich neulich mal so eine Aussage im Netz gesehen, das kann man doch auch alles mit Outlook machen. Ja, also kann da eine E-Mail-Liste anlegen und kann E-Mails an eine Gruppe schicken und kann ja so eine Bestätigung sagen, er soll bestätigen, weil er die mir gelesen hat. Aber ich glaube, das ist nicht das, was wirklich heutzutage sinnvoll als E-Mail-Marketing bezeichnet werden kann. Da fehlen einfach zu viele und spätestens in dem Sinne, das stoppt dem Out, also dass man den Kunden nochmal fragt, ob er wirklich E-Mails von mir kriegen will, habe ich da, glaube ich, an der Stelle verloren. Und ich habe spätestens auch bei der Statistik verloren, weil ich einfach gar nicht feststellen kann, hat er die E-Mail wirklich gelesen, hat er wirklich auf irgendeinen Link geklickt und so weiter. Achso, ja genau, ich wollte jetzt noch ganz kurz zu dem Thema Newsletter, ganz kinderleicht, da habe ich was. Habe ich kurz mal bei YouTube geguckt. Ist das Netz wieder weg oder was? Na super, also das funktioniert schon mal nicht so, wie es soll. Super, na gut, das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Oder hat sich hier dann das falsche Netz eingelöst? Das ist nicht der einzige, der sich in der Stelle verwendet hat. Ich wusste, dass ihr mich das erste Mal eingelöst habt, um auf die 10, 10, 1, 1 zu gehen. Das habe ich von auch versucht, genauso wenig funktioniert. Und das Winnerhaus? Ne, ich bin schon im richtigen, das hat das andere, das hat vorhin gar nicht funktioniert. Deswegen, da konnte ich nicht mit arbeiten. Ne, funktioniert nicht gut. Dann lassen wir das an der Stelle, das bringt glaube ich nichts. Gut, also wie gesagt, die meisten Newsletter-Anbieter haben da sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Die meisten Editoren für die Newsletter sind aber sozusagen drag and drop gemacht. Das heißt, man wählt eine Vorlage aus, kann sich auch eigene Vorlagen hinterlegen. Man kann entsprechend sich Texte, Bilder, Elemente hinzufügen, Sidebars und so weiter und so fort. Und das eben, wie gesagt, im Web sozusagen direkt online, ohne dass man da Software runterladen muss oder irgendwas anderes. Das funktioniert eigentlich relativ gut. und sogar auf dem iPad. So, jetzt habe ich einfach mal, das war eigentlich meine Planung, hier so ein bisschen verschiedenste Anbieter vorzustellen und ihre Vorzüge und Nachteile zu demonstrieren und leider habe ich dann festgestellt, dass das ein bisschen anstrengend wird. Das sind zum Beispiel nur die, die ich auf Anhieb gefunden habe, die deutschsprachigen Newsletter-E-Mail-Anbieter, die alle so ihre Vor-, Nachteile und so weiter haben, sehr unterschiedlich in ihrer Preisgestaltung sind oder eben auch in den Möglichkeiten, die ich dort habe. Man kann natürlich auch alles Mögliche ausprobieren und gucken und vergleichen. Ich habe, wie gesagt, versucht hier so die wichtigsten Punkte zu nennen, eben Autoresponder zum Beispiel. Dieses Double-In-Verfahren sollte eigentlich jedes System können, sonst hat es eigentlich hier in Deutschland keinen Sinn. Ich will natürlich, wie gesagt, möglichst einfach Newsletter erstellen mit einem Drag-and-Drop-Editor. Ich will verschiedene Listen verwalten. Ich will eben, also das ganz wichtige Element ist eben für ein echtes E-Mail-Marketing der Autoresponder, der zum Beispiel bei Mailchimp in der kostenlosen Version schon mal nicht enthalten ist. Ich muss also auf jeden Fall die kostenpflichtige Version nehmen, aber ohne den Autoresponder, wie gesagt, kann ich eigentlich auch kein vernünftiges E-Mail-Marketing machen. Das geht noch ein bisschen weiter. Das sind, wie gesagt, die deutschsprachigen. Dann haben wir hier noch ein paar internationale Tools, die zumindest eine deutsche Oberfläche haben. Das sind erstmal nur noch zwei und dann habe ich aber noch einige internationale Tools, die dann im Englischen nur herkommen. Wie gesagt, es gibt diverse Vergleichsportale, die sozusagen die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme herausarbeiten. Ich persönlich habe jetzt Erfahrungen gemacht mit GetResponse, mit Mailchimp, mit Newsletter2go. Wie gesagt, jeder hat so seine Macken, seine Vor- und Nachteile und die Preisgestaltung ist eben auch sehr unterschiedlich. Vom Gefühl ist es bei den meisten so, dass man so ein gewisses Monatskontingent an E-Mails, die man verschickt zur Verfügung hat, sage ich mal, roundabout 1000 oder 2000 Stück im Monat oder pro Monat sind dann frei und wie gesagt, einige der Systeme beschränken das dann wieder auf die User ein. Einige Systeme haben eben dann wie gesagt den Autoresponder in der Free-Version nicht drin. Das ist wie gesagt sehr unterschiedlich. Was bei vielen deutschen Anbietern eben auch schon Standard ist, ist eben diese Eintragung in entsprechende Whitelistes, dass sie sozusagen sagen, wir garantieren, dass die E-Mail auch wirklich beim Kunden ankommt und nicht bereits auf dem Server sozusagen von dem E-Mail-Server sozusagen als Spam raussortiert wird. Das Problem heute glaube ich, wie gesagt, soweit ich weiß, GetResponse, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, müsste ich mal nachgucken. Ja. Wie machen Sie das? Weil eigentlich steht doch mein Absender da drin. Wie machen Sie was? Dass es auf die Weitlist kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die Feverbridge ein Newsletter verschicke, dann steht er ja im Absender ganz normal an der Feverbridge. Ja, aber der Server, der ist verschickt, der muss auf der Whitelist stehen. Der wird ausgeglichen. Ja, genau. Und wie gesagt, das gibt eben verschiedene White- und Blacklists und ja, der entsprechende Newsletter-Provider muss sich natürlich darum kümmern, dass deine Server, mit denen man diese Mails verschickt, eben natürlich auf der Whitelist stehen. ansonsten, wie gesagt, ich habe gehört eben, Telekom und Microsoft sind gerade diejenigen, die anfangen, solche Newsletter-Systeme zu blocken. Dass man die also gar nicht mehr, also die Mail kommt gar nicht mehr beim Endkunden an, auch nicht mehr als Spam, sondern wirklich wird gleich vom Server verschluckt. Ja, wir sind natürlich jetzt hier auf dem WordCamp. Ich stelle sich natürlich die Frage, wie mache ich das aus, als ich das Formular einbinde mit WordPress. Wie gesagt, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Newsletter-to-go, wie gesagt, die stehen auf der Whitelist, die haben einen Autoresponder, die nennt es dann eine automatisch generierte Liste. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, jeder macht es ein bisschen anders. Die entsprechen also den Datenschutzberichtlinien in Deutschland. Sie sammeln die Daten eben auch nur auf Deutschlands. Servern stehen auf der Whitelist. Ja, und wie gesagt, was ich weiß, ich glaube, es ist 2000 E-Mails pro Monat ist das kostenfrei. Also das funktioniert ganz gut. Dafür ist das Formular, was die anbieten, ziemlich schrappelig. Das muss man dann wirklich von Hand ziemlich anpassen, damit das überhaupt in das Design von der Seite passt. Aber gut, das ist eigentlich auch erstmal kein großes Problem. Allerdings habe ich da auch keinen Opt-in-Anbieter als Plug-in gefunden, der jetzt Newsletter-to-go unterstützt. Dazu ist das einfach wohl noch zu unbekannt. Was ich noch gefunden habe, sind Anbieter, deren Software man direkt kaufen kann, also sozusagen Newsletter-System, was man kaufen kann und auf dem eigenen Server installieren kann. Also hat man dann zumindest den Vorteil, dass man nur einen Kaufpreis einmalig hat, muss aber natürlich das Ding dann selber hosten und entsprechend selber dafür die administrativen Tätigkeiten durchführen. Soll aber auch relativ gut funktionieren, habe ich auch eine Kundenrückmeldung dazu bekommen. Was ich, wie gesagt, natürlich bevorzuge, ich habe ja schon einen Server und ich habe schon einen WordPress und warum soll ich das nicht mit meinem WordPress machen? Und ich habe es jetzt, wie gesagt, diverse Male bereits auch weiterempfohlen und immer wieder auch die Rückmeldung bekommen, dass die Leute da relativ begeistert von sind. Denn wenn ich bereits im Backend meines WordPress gewohnt bin zu arbeiten, dann kann ich auch eine Newsletter schreiben. Und das hat das Plugin, was ich jetzt bevorzugt benutze. Jetzt ist natürlich die Frage wieder mit der Webverbindung hier. Gucken, ob das funktioniert. Ich bin jetzt hier in meinem Backend von meiner WordPress-Installation, wo ich MailPoet sozusagen, das ist, wie gesagt, mein. Also es gibt, glaube ich, außer dem MailPoet noch zwei, drei andere WordPress-Plugins. Ich glaube, von WPMU-Dev gibt es ein Newsletter-Plugin. Das habe ich gesehen. Das ist, bitte? K-News. Ah ja, okay. Nee, das kenne ich gar nicht. Habe ich auch jetzt so bei den Vergleichen nirgends, ist das nirgends aufgeschafft. Also ich habe bei einem Vergleich, WordPress-Newsletter war eben nur MailPoet drin und die anderen waren nur Opt-in, also Formularsysteme, die auch nur eine externe Anbindung brauchen. Wie gesagt, das von Newsletter hatte ich neulich gesehen, weil ja WPMU-Dev gerade diese Trial-Aktion hat, dass man alles runterladen kann in den ersten 14 Tagen, da hatte ich mir das angeguckt, aber habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich finde ja MailPoet auch ganz toll, aber mein letzter Stand ist, dass man die Newsletter nicht selber gestalten kann. Doch. Kann man? Also es ist natürlich so, dass Sie Ihre Pro-Version verkaufen wollen, das heißt, ich zeige das gleich nochmal, wenn der WLAN funktioniert, wie man die hier gestalten kann. Hier hat man in der freien Version, hat man zumindest die Möglichkeit, über CSS ein bisschen was anzupassen und in der Pro-Version hat man dann eben noch mehr Vorlagen, die man eben benutzen kann. Das tut es mir nicht. Was ich hier bei dem MailPoet auch sehr elegant finde, ist eben dieses Thema, ich möchte Follower für meinen Blog gewinnen, die einfach nur eine Information haben wollen, wenn ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Auch das kann ich hier mit dem MailPoet eben realisieren. Das ist eigentlich auch im Prinzip eine Autoresponder-Funktion, die hier speziell von dem MailPoet angeboten wird, um dort eben zu sagen, es ist ein neuer Blogartikel erstanden und es werden automatisch die Leute in der Liste darüber informiert. Also keine echte Newsletter in dem Sinne, sondern wirklich bloß das Verschicken des neuesten Blogbeitrages. Ich kann das hier ganz kurz mal zeigen. Ich habe hier mehrere Autoresponder und Newsletter-Systeme eingerichtet. Das erste ist eben so ein Willkommensgruß, den ich sozusagen zwei Stunden, nachdem er sich in die Liste eingetragen hat, rausschicke. Wir sind also auch ein Autoresponder in dem Sinne. Ne, er hat keine Verbindungsseinserver. Das ist doch Schrott. Ja. Oh ja, tatsächlich. Oh ja, funktioniert. Das ist die Pro-Version, Entschuldigung. Ne, das ist die Freie. Das ist die Freie. Ja, das ist jetzt klar. Hier sieht man auch schon mal das Thema Statistik, wie das bei Mailprojekt gehandhabt wird. Man hat dann in der Pro-Version noch ein paar mehr Reports, die man sozusagen dann ausgeben kann, was das betrifft. Aber hier kann man zum Beispiel schon mal sehen, dass 11,8% der Empfänger diese Mail geöffnet und da auch reingeklickt haben. 29,4% haben sie sozusagen nur geöffnet und also 58,5% haben die Mail gar nicht gelesen. Das ist aber jetzt kein ungewöhnlicher Wert, sage ich mal. Gut, wie gesagt, den habe ich auch als Autoresponder angelegt und so, dass er eben zwei Stunden, nachdem sich derjenige in die Liste eingetragen wird, eben rausgeschickt wird. Autoresponder heißt eigentlich sozusagen, dass ich, was ich vorhin mit dem Customer Journey gesagt habe, ich definiere eine Art E-Mail-Kette. Ich sage so, zwei Stunden, nachdem er sich eingetragen hat, kriegt er so einen Willkommensgruß. Hallo, vielen Dank. Zwei Tage später kriegt er meine erste Newsletter, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Freebie angeboten habe, dann schreibe ich nach zwei Tagen, hast du mein Freebie gelesen? Wo ich schicke ihm erstmal das Freebie vorher mit einer Mail und nach zwei Tagen sage ich, okay, hast du das gelesen? Möchtest du noch Fragen dazu? Schreib mich an. Dann eine Woche später schicke ich ihm eine weitere und so weiter und so fort. Und das nennt man Autoresponder. Das heißt, auf eine Aktion, also sprich das Eintragen in die Liste, reagiert mein Newsletter-System automatisch, indem es sozusagen in gewissen Zeitabständen, die ich vorher definiere, Mails herausschickt. Und das ist an sich die effektivste Methode, fünf Leuten eine Mail schicken. Sondern das macht eben dein Newsletter-System vollautomatisch. Genau. Naja. Wird es eigentlich so gesagt. Und ich habe eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe jetzt so ein E-Mail-Kurs, den ich anbiete. So, und dann trägt sich an eine Liste ein und der bekommt zum Beispiel jeden Tag einen Impuls von mir. Das wird dann auch automatisiert, sozusagen. Ich schicke ihm jeden Tag eine kurze Lektion, die kann er abarbeiten und dann kriegt er den nächsten durch die nächste Lektion. Das wird eigentlich unter dem Begriff Autoresponder geführt. Ich habe eine Frage zu diesem Einbind. Ich denke, das trifft auch bei anderen Newsletter-Plugings zu. Was führt da auch mit der Wordpress auf der Datenbank gespeichert? Also wenn die Seite gehackt wird, kriegst du dann ein Problem, weil alle Adressen praktisch dann weg sind? Oder was passiert, wenn was mit dieser Webseite passiert, die Daten übereingefacht werden? Gut. Also in dem Falle des Mail-Poets ist es natürlich so, klar, das wird bei mir in der Datenbank gespeichert. Deswegen habe ich die Hoheit über diese personenbezogenen Daten, habe ich dann natürlich. Klar, wenn sie gehackt wären, würden, wäre natürlich die Möglichkeit, dass derjenige dann die Datenbank Einsicht erhält und natürlich dann diese personenbezogenen Daten auslesen kann. In den Fällen, dass ich eben einen externen Anbieter anbinde, wären natürlich die E-Mail-Informationen bei dem, also auf dem Server von dem E-Mail-Anbieter sozusagen oder vom Newsletter-Anbieter gespeichert und da hätte ich natürlich das gleiche Problem, nur dass ich natürlich dann die Verantwortung in den Häkchen abgegeben habe. Aber das ist natürlich eine Einstellung. Also da sind wir dann wieder beim Thema Sicherheit. War gut. Ist mein Mail-Projekt in der privaten Datenbank oder ist es in der... Ne, es wird in der gleichen Datenbank abgespeichert. Wir haben es ja auch meint, dass es nicht richtig gut auf dem E-Mail-Cars als bestes Teil, also als wichtig auf dem Markt und die Marke in den Gründen Responsive-Anbieter also das Mobil, wenn wir jetzt diese Anbieter hernehmen, dass es nicht ganz so schick ausschaut, weil wir uns da schon was getan haben. Ich habe ja hier, wie gesagt... Gibt es einen Unterschied zwischen der Freien und der Zahlung oder der Konsolidität oder was du sagst, wenn es das erste ist? Also im Normalfall, soll ich mal ganz kurz gucken? Die Feature-Distin ist glaube ich eigentlich ein Problem, oder? Die Feature-Distin ist ein sehr großes Problem. Okay, also gibt es auch andere Dinge, die dann noch... Das war jetzt meine Frage, dass ich auch für dich damit aber jetzt auch die Vereinigung muss man kurz gucken. Also das ist meine Newsletter, meine letzte Newsletter, die ich verschickt habe. Also Responsive finde ich, ist von meinem Gefühl ausreichend. Bitte? Nein, reinweg so, wie Möbel das liefert. Also ich habe nichts dran, also an der CSS habe ich nichts gemacht, ich habe wirklich nur was benutzt. Ja genau, okay, das muss man vielleicht jetzt ganz kurz da sehen. Also der erste Schritt wäre, bei dem Mailplay ist es so, ich kann sozusagen ihm sagen, mit welchem System er das rausschicken soll. Er kann entweder den WordPress, das WordPress selber benutzen, er kann es über PHP machen oder du kannst einen Drittanbieter oder einen SMTP-Server oder was auch immer angeben. Du kannst auch Preparation anbieten. Ja gut, das ist jetzt wieder ein Unterschied. Also du kannst einen E-Mail-Versender aber in keinem Newsletter-System anbinden. Ja, es gibt noch, es gab dieses Mandrill, das gibt es glaube ich nicht mehr, das sind es aber da auf der Suche nach einem Nachfolger, was wirklich nur die E-Mails für dich verschickt. Also noch nichts, also nichts mit dem Newsletter-System zu tun hat, sondern nur als E-Mail-Server fungiert. Du kannst aber natürlich auch sagen, wenn du jetzt, also ich habe es jetzt erstmal nur über das WordPress laufen, weil meine Liste nicht so groß ist, das ist kein Problem. Der verschickt das dann auch zeitversetzt, also alle fünf Minuten schickt dann eine Mail raus, damit der Server eben nicht belastet wird. Und wenn das irgendwann ein Problem werden würde, dann könnte man eben zum Beispiel natürlich den SMTP-Server vom eigenen Mail-Client, von dem eigenen Mail-Dienst benutzen. Oder eben wie gesagt, in Planung ist auch, und das ist bei der Pro-Version glaube ich noch mit drin, es geht bei der, ich glaube weiß ich jetzt gar nicht, ich muss nachgucken, es geht glaube ich bei der Pro-Version, dass man dann so einen E-Mail-Dienstleister vom Prinzip einbindet. Wie gesagt, es gab wohl diesen Mandrill, wo der ein Dienst ist, den haben sie aufgegeben, den gibt es da wohl nicht mehr, und da ist jetzt irgendwie was Neues am Gehren, weiß ich aber nicht. Da gibt es aber auch wiederum verschiedene Anbieter, die dann Mails, einfach nur die Mails verschicken. Ich ziehe direkt nachgucken, weiß ich gar nicht. Lars, du wolltest noch? Kommt sie schon, ja. 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 Und du hast eben auch die Möglichkeit, aber das ist glaube ich bei allen Newsletter-Systemen so. Du kannst natürlich bei MailChimp, bei CleverReach, bei Newsletter2Code deine E-Mail-Adressen exportieren und kannst sie dann einfach wieder in das Mail-Projekt importieren, womit der Umzug auch relativ einfach gestaltet werden kann. Und das wird eigentlich auch rechtsmäßig gesagt, wenn die schon mal zugesagt haben, ist es eigentlich egal, mit welchem Newsletter-System du die anschreibst. Sie haben ja ihre Bestätigung abgegeben, dass sie E-Mails von dir bekommen. Ob sie die jetzt von CleverReach bekommen oder hinterher vom Mail-Projekt spielt dabei rechtlich dann keine Rolle. Gut, ich würde ihm natürlich erstmal einfach von, der Mensch muss sich entscheiden, ist schon mal schwierig, also ich würde ihm zumindest erstmal die Entscheidung abnehmen und würde ihm natürlich nur ein Produkt anbieten. Und ich würde ihm dann vor allen Dingen auch in der Newsletter, auch nochmal ganz wichtig, das Thema in der Newsletter einen Call-to-Action-Button drunter dranhängen. Das heißt, dass er sozusagen wirklich geführt wird, wenn er das gelesen hat und findet das interessant und dann sagst du ihm so und jetzt klick doch mal da drauf und dann kriegst du noch mehr Informationen oder etwas in der Art. Und ob ich dann das auf eine Landingpage führe, zum Beispiel, wo ich ein Produkt verkaufen will oder einfach nur der, weil ich ihm den Blogbeitrag gepostet habe, wenn du den vollständigen Blogbeitrag lesen willst, klick hier drauf, will ich ihn einfach dazu bewegen, dass er seine Entscheidung leichter fällen kann, dann auf meine Seite zu wechseln. Schlicht. Trotzdem schlicht, ja genau. Gut, das ist immer eine Frage, aber ich meine, es ist wie gesagt, die Menschen haben ja schon ewig lange Mail-Listen und müssen viel lesen und müssen Entscheidungen treffen und ich will es natürlich den Leuten einfach machen. Deswegen sage ich jetzt auch, dieses mit dem Autoresponder der große Vorteil. Ich kann ihn langsam anfüttern. Ich kann ihm erstmal schreiben, oh guck mal, ich habe da neulich einen Blogartikel geschrieben über das Thema, dann in der nächsten Newsletter kann ich ihm sagen, ja hier ist ein neuer Blogartikel von mir und dann in der dritten sage ich irgendwann, ja du, ich habe hier ein ganz kleines super Produkt, habe ich gerade auf den Markt gebracht, kostet nur 5 Euro, willst du dich da nicht mal für, was weiß ich auch, ein Pre-Loach oder sowas. Also einfach eben sozusagen eine Geschichte, diese Step-by-Step-Geschichte zu erzählen, um ihn eben dazu zu bewegen, langfristig eine Bindung zu mir aufzubauen und langfristig auch Produkte bei mir zu kaufen, was auch immer für Produkte das sind. Ich würde auch gerne nochmal ein bisschen zurück in was vom Anfang, so diese Fragen gestellt, wie erreiche ich meine Gründung, kriegen die Kunden auf meine E-Mail-Liste, das war glaube ich auch wenn ich so Pop-Ups oder so, wie die Scheibers dann nur weggehen von meiner Webseite. Das war eine Möglichkeit, genau. Also erstmal ist natürlich so, wenn sie zu früh kommen, nervt es ja. Ja, deswegen sage ich, es gibt eben Plug-ins für WordPress, wo ich das eben so machen kann, dass die Bewegung ist eindeutig, wenn ich das Ding gelesen habe und ich bin jetzt irgendwo am Ende angekommen, dann würde ich mit der Maus nach oben fahren, über jeden Browser und würde oben auf den Tab klicken oder auf Schließen oder, also ich fahre mit der Maus nach oben und das triggert er und sagt, okay, wenn ich jetzt mit der Maus diese Bewegung nach oben mache, die ja mehr ist, als wenn ich mit einer Maus runter oder hoch scrolle, um was zu lesen, also wenn ich wirklich schnell nach oben fahre und will eigentlich in dem Augenblick jetzt den Tab schließen, dann poppt das Ding auf. Also nicht vorher. Und was schlimmst du da früher? Oh gut, musste ich jetzt nachgucken, was für ein Plug-in das war. Habe ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber gerne nochmal nachgucken. Ja, und das andere ist natürlich, ich kann natürlich Werbung schalten, ich kann in Facebook zum Beispiel Werbung schalten, ich kann, sage ich mal, um den Kunden auf meine Seite zu locken, ich kann aber auch eben, das ist das Entscheidende, ein wichtiger Teil des Inbound-Marketings ist eben das Content-Marketing. Das heißt, ich werde natürlich zuerst anfangen, meinen Blog zu füllen mit Informationen, die den Kunden nützlich finden, die er liest und damit dann sozusagen auf meine Seite kommt und dann kann ich ihm immer auch mal sagen, hier, wenn du mehr lesen willst oder wenn du mehr hättere Informationen brauchst, komm, trage es doch in den Newsletter ein und dann ist der nächste Schritt eigentlich zu sagen, ich mache irgendwie ein nettes Freebie, was ich vielleicht auch über entsprechende Kanäle bewerbe, wo ich sage, ich habe zu meinem Thema, wo ich jetzt der Spezialist bin, habe ich jetzt hier so ein kleines E-Book geschrieben oder ein kleines Video zum Anbieten oder einen kleinen E-Mail-Kurs, das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man den Leuten einen E-Mail-Kurs anbietet, sieben Lektionen zum Thema, was ich nicht, keine Ahnung, wie grabe ich meinen Garten um und kriege dann jeden Tag sozusagen ein E-Mail. Auch das ist so ein Freebie, was ich sozusagen anbieten kann, um die Leute einfach auf meine Liste zu bekommen, um sie dann eben zu meinen Kunden zu machen sozusagen, ohne dass ich sie vorher anders ansprechen muss. Gut, ich wollte eben nochmal ganz kurz auf diesen Tab senden mitgehen. Das ist wie gesagt hier eigene Website, Drittanbieter, entweder über PR-Mail oder über Send-Mail und hier kann ich die Frequenz einstellen, die empfehlen 70 Mails pro Stunde. Ich habe jetzt noch nicht gehört, da kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Ich hoste bei All Ingle und nehme auch den entsprechenden SMTP-Server dann von meinem Paket. Damit arbeite ich jeden Tag. Ja, wie gesagt, wenn ich ja so eine große Liste habe und viele Mails rausschicke, ist das alles korrekt, was du gesagt hast. Ich bin da irgendwie bei 15 Leuten und schicke einmal im Monat eine Newsletter raus, da brauche ich mir darüber sowas keine Gedanken zu machen. Aber klar, wenn ich jetzt sage, ich habe zweimal die Woche 500 Leute, die ich anschreibe, dann muss ich mir Gedanken darüber machen und dann gehe ich eben hier bei dem Mail-Poet eben auch auf den Drittanbieter und binde da entsprechende Dienste natürlich ein, ist klar. Kann ich auch noch mal eben ganz kurz zeigen. Gut, es ist ja erst mal eine HTML-Mail, die sozusagen so gestaltet ist, dass ich natürlich möglichst auf jedem Gerät auch entsprechend angezeigt werden kann. Ja, Formatisor in der Art gemacht. So, jetzt kann ich ja hier kurz... Also, das ist jetzt hier auch diese Ansicht eben, vielleicht war ich zu schnell jetzt gerade. Mal eben ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Genau. Also hier nochmal eben, wie gesagt, bei der Erstellung von Newsletter habe ich eben hier die Auswahlmöglichkeiten zwischen der Standard-Newsletter, die ich eben einmal verschicke, oder eben so einer automatischen Newsletter. Autoresponder, wie gesagt. Kann hier dann eben bei den automatisch Gesendeten eben auswählen, was der Trigger ist. Also, wenn ich zum Beispiel einen Blogbeitrag veröffentliche, wäre ein möglicher Trigger. Oder wenn sich jemand in die Liste einträgt, ist es der andere mögliche Trigger. Genau. Und dann habe ich jetzt hier eben, das ist sozusagen der Newsletter-Editor. Auch hier kann ich eben, wie gesagt, habe ich dann... Mal, hier muss ich mal ganz kurz hier einklappen. So. Ich habe hier auf der rechten Seite eben die Elemente, die ich einfügen kann. Inhalte, Bilder, Styles, Themes. Ich kann also, wie gesagt, letzten Blogbeitrag einfügen. Ich kann Trennbalken setzen. Ich kann Social Bookmarking machen. Und habe hier eben eigentlich den letzten Reiter, das sind die Themes. Das ist, wie gesagt, bei der Free-Version eben nur das eine Standard-Theme, was ich ein bisschen mit CSS anpassen kann. Und da ist bei der Pro-Version eben, da gibt es erheblich mehrere Themes, die ich sozusagen dann zum Erstellen der Newsletter benutzen kann. Hier bei den Styles habe ich noch die Möglichkeit, so ein paar Kleinigkeiten einzustellen, wie Farben und Größen von Texten und Überschriften. gegebenenfalls noch Hintergrund, Farben und so weiter, Fußbereiche und so was kann ich machen. Wie gesagt, ich kann hier Bilder aus meinem System einbinden. Und hier bei den Inhalten ist es eben, ja, wie man sieht hier, Text, Überschriften, Bilder, wie gesagt, der letzte Blogbeitrag und noch irgendwie Elemente hier. Und natürlich, was ganz wichtig ist, hier unten in dem Bereich, auch nochmal vielleicht wegen Datenschutz, da muss natürlich das Impressum drinstehen. Aber das macht auch Mailprojekt automatisch, diese Information da einzufügen. Wie sieht man hier in den Bildern aus? Ja, ich kann mal, so jetzt kann ich hier mal eine Vorschau verschicken. Ja, der ist auch drin, ja. Und dem sollte man, also ich bin ja auch Christian Fuchs, der hat das hier und die paar anderen Leute mal beigebracht, dass man sozusagen versuchen wollte, diesen Satz da auszulehnen, weil das ist ja nicht immer der Untertitel, der Mail ist. Kriegst du mal den normalen, den Absender nach, und dann kriegst du dann auch den zweiter. Deshalb sollte man versuchen, das in den Newsletter-Tool so einzustellen, dass es eben nicht der erste Satz ist. Also das wäre jetzt, wie gesagt, die Darstellung hier auf dem iPad, in dem E-Mail-Programm. Ist ja so sauber lesbar, auch wenn ich das Ding jetzt, das kann ich aber das jetzt auf dem Monitor auch machen würde. Achso, das kann das Outlook jetzt wieder nicht. Okay, sehe ich schon. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe es auch nochmal in dem iResponse einfach mal eingefüttert, das war das Bild vorhin, wegen dem Responsive. Da sah es auch relativ gut aus. Also, ich sehe da kein größeres Problem. Ja, ich glaube, wir haben auch so die Zeit, ich bin jetzt gerade ganz, ganz positiv überrascht, wie wir doch jetzt da schön in die Diskussion gekommen sind. Mal gucken, ob ich überhaupt noch eine Folie habe. Statistika haben wir betrachtet, Datenschutz habe ich gesagt. Wie gesagt, Impressum nicht vergessen, habe ich hier gar nicht draufstehen. Wie gesagt, auch hier mit dem Mail-Programm, wie auch bei vielen anderen, habe ich ein Drag-and-Drop-System, ich ziehe also ein Textelement einfach rüber, fülle das mit Inhalten, Formulareinbindung ist auch hier natürlich ganz einfach. Über eine Widget oder über die Seite kann ich das relativ schnell mit einem Shortcode machen. Ich kann verschiedene Listen verwalten. Ich kann dann Leute auch in den Listen sozusagen verschieben oder in eine andere Liste reinkopieren. Also zum Beispiel ein Newsletter-Abonnent bei mir jetzt so einen E-Mail-Kurs bestellt, dann könnte ich ihn vom Prinzip in diese zweite Liste reinziehen. Dann bekommt er den E-Mail-Kurs und trotzdem die Newsletter. Das sind viele Dinge, die auch einige Anbieter so in der Form nicht können. Also man sagt eigentlich, dass man in seinen E-Mail-Listen nur so ein Tagging haben sollte. Das heißt, ich werde ja irgendwann, sag ich mal, ich habe irgendwann mal 5000 Leute und dann will ich vielleicht noch Informationen hinterlegen. Ich schreibe denen einen Bereich an, weil sie sich besonders für das oder das Thema interessieren und die anderen Leute interessieren sich mehr für das andere Thema. Dann möchte ich einfach eine Möglichkeit haben, das sozusagen in Listen aufzuteilen. Und das geht mit dem E-Projekt, indem ich verschiedene Listen und mit Kopie arbeite. Es gibt einige Newsletter-Anbieter, die das auch mit wirklich einem Tagging-System machen. Und das ist dann die Frage, wenn man wirklich viel darin in dem Bereich macht. Das ist eine Frage, wenn ich jetzt meine Profil in den E-Mails bekomme, muss ich ja eigentlich den Fotografien angehen. Wo mache ich das? Gut, das würde ich dann als Text, also ich kann da genauso, wie ich das im WordPress auch machen, eine Bildunterschrift definieren für das Bild. Das würde dann genauso mit angezeigt. Das wäre der direkteste Weg, wobei ich da immer auch klar dafür bin, möglichst eigene Bilder zu verwenden, um das Problem zu umgehen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden die Frage. Ja, das war meine letzte Folie, genau. Habe ich noch nicht gemacht, ne. Ja, auch ein Vorteil der Pro-Version. Gut, habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Und man kriegt es nie wieder raus. Ich habe schon mal ein Team komplett neu oder eine Website komplett neu aufgesetzt, dass es nicht rausgeht. Und ich habe auch nicht aus der Datenbank gegangen. Gut, ich hoffe, er hat das, vielleicht kommst du dann einfach runter, weil es glaube ich, es löst sich gerade auf. Gut, das Problem hat man, glaube ich, bei allen Plugins, ist klar. Naja, klar, es ist sensibel. Ich meine, die E-Mail-Adressen von seinen Kunden möchte man ja nicht irgendwo zur Verfügung stellen. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war für mich so ein bisschen ein neuer Stil, den ich mit der Präsentation verfolgt habe. Ja, wenn noch irgendwie Feedback von euch kommt, würde ich mich super freuen. Auch zu meinem Stil, zu meiner Art. Ich bin da völlig offen und freue mich auf jedes Feedback, wie gesagt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Applaus 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 Applaus